Guten Abend meine liebe Damen und Herren, Anne und ich sind sehr froh, diesen Liederabend zu präsentieren. Zwei kurze Annoncen. Erstmal können Sie bitte ganz schnell Ihre Handys checken, um zu sehen, ob Sie ausgeschaltet sind oder leise eingestellt sind. Und zweitens werden wir zwischen den verschiedenen Komponisten zwei kurze Pausen nehmen, aber gehen Sie nicht weg, wir gehen nur die Treppe runter und wieder rauf, um uns ein bisschen abzukühlen, aber wir sind gleich wieder da. Viel Vergnügen. Da voi, cari numi, dipende il mio stato. Voi siete i miei numi, voi siete il mio fato. A vostro talento mi sento cangiar. A vostro talento mi sento cangiar. Mi sento cangiar. Mi sento cangiar. Ardir mi inspirate, se lieti spendete, se lieti spendete. Se dormi rischete, mi fate tremar. Mi fate tremar. Ardir mi inspirate, se lieti spendete, se lieti spendete. Se dormi rischete, mi fate, mi fate tremar. Da voi, cari numi, da voi, cari numi, dipende il mio stato. Voi siete i miei numi, voi siete il mio fato. A vostro talento mi sento cangiar. A vostro talento mi sento cangiar. Da voi, cari numi, dipende il mio stato. Voi siete i miei numi, voi siete, voi siete il mio fato. A vostro talento mi sento cangiar. A vostro talento mi sento cangiar. Mi sento cangiar. Mi sento cangiar. A vostro talento mi sento cangiar. A vostro talento mi sento cangiar. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020